Hallo, ich bin Dave Goodman und das ist das neue Yamaha SRT Pickup System. SRT bedeutet Studio Response Technology. Dieses innovative System schafft es, den natürlichen Akustik-Gitarren-Sound zu erhalten durch eine Kombination von Saiten- und Korpusresonanz. Dieser natürliche Sound wird zudem durch mehrere Vintage-Mikrofonklänge und professionelle Aufnahmestechniken unterstützt. Man erhält so einen erstklassigen Studio-Gitarren-Sound direkt von der Output-Buchse. Beim SRT-System kann man zwischen drei verschiedenen High-End-Mikrofonen und zwei Mikrofonpositionen auswählen. Eines direkt an der Gitarre und eins etwas weiter entfernt. Diese beiden werden durch den Focus Wide-Knopf kontrolliert. Dadurch kann man ähnliche Techniken benutzen wie in einem Aufnahmestudio mit sechs verschiedenen Einstellungen. Typ 1 ist ein Neumann U67, ein Vintage-Großmembran-Condenser-Mic bekannt für seinen großen Frequenzbereich und die exzellente Dynamik im Ton. Typ 2 ist ein Neumann KM56, ein Vintage-Klein-Membran-Condenser-Mic bekannt für seine klaren, filigranen Höhen. Typ 2 eignet sich super zum Fingerpicking, Flatpicking und für komplexe Spielweisen mit einem klaren, brillanten Ton. Typ 3 ist ein Royal R122, ein Ribbon-Mic bekannt für seinen vollen Ton und für seine weichen Hörn, perfekt für Jazz und Blues. Der SRT-Tonabnehmer ist ein neu entwickeltes Stegsystem, bei dem der Piezo nicht wie früher unter dem Steg liegt, sondern direkt im Steg eingebaut ist. Dadurch ist der Pickup näher an der Seite und man bekommt ein viel stärkeres Signal als sonst. Der Piezo alleine klingt sehr gut und weil das Signal sehr stark ist, ist es optimal, um die drei Microphone-Modeling zu unterstützen. Mit dem Blend-Control kann man den Mic-Modeling und Piezo-Sound mischen. Auf der Bühne klingt es am besten, wenn der Blend-Control bei 3 Uhr oder 75% liegt und der Piezo bei 25%. Dadurch erhält man ein gutes Verhältnis von Klangfarbe und direktem Pickup-Sound. Im Studio kann man auch 100% Mic-Modeling benutzen oder ein wenig Pickup-Signal dazu mischen. Die Mic-Modeling-Sounds wurden alle über High-End-Studio-Monitore getestet und entwickelt, bei denen alle Frequenzen linear waren. Das bedeutet, dass das SRT am besten über einen Mischpult klingt und nicht über einen Gitarrenverstärker. Mit dem Resonanz-Control kann man mehr Klang von dem Gitarrenkorpus einmischen. Das funktioniert allerdings nur bei Mic-Modeling-Sounds. Das SRT hat einen eingebauten EQ mit Low, Mid und High. Ein Chromatic Tuner, der sehr präzis und solid ist. Eine neue Funktion, das SRT heißt AFR und steht für Auto-Feedback Reduction. Bei Rückkopplung drückt man den AFR-Knopf und das System reguliert automatisch die Frequenz, die zu stark ist. Man kann dies bis zum fünfmal gleichzeitig machen. Das SRT wird mit zwei AA-Batterien betrieben, in Verbindung mit einem neuen Stromkreis, bei dem die Spannung stabil bleibt, auch wenn die Batterien fast leer sind. Durch diese ganzen Features ist das SRT ein extrem starkes und wertvolles System auf der Bühne sowie im Studio. Jetzt möchte ich euch diese Features gerne zeigen. Höhen und autonomes System auf dem Stil. Was bedeutet nur an den Aufruf. Die Zrichtung ist das nicht so, weil die Z 향ate die Maske aber nicht so. Das schwere Moment ist sehr gut, was ich damit zu tun. Die Zrichtung ist das nicht so, weil ich das nicht so. Blend, piezo, mic modeling, AFR, tuner, Die erste Gitarre mit dem SRT-System, die ich euch zeigen möchte, ist die LJX-26. Diese Gitarre ist eine Handmade Medium Jumbo Gitarre mit Cutaway, hergestellt aus Qualitätsmaterial und aus ausgesuchtem Holz. Die Decke ist aus massiver Engelmann Fichte, der Boden und die Zarge aus Palisander, der Hals aus Mahagoni und Paduak und das Griffbrett aus Ebenholz. Diese Gitarre besitzt auch ARE, und das heißt Acoustic Resonance Enhancement. Yamaha hat einen Alterungsprozess des Holzes entwickelt, bei dem zum Beispiel durch Temperatur das Holz verändert wird. Dadurch klingt die Gitarre warm und eingespielt wie ein älteres Instrument. SRT zusammen mit dem bekannten L-Series Sound klingt super akustisch und auch direkt von der Output-Buchse. Die nächste Gitarre, die ich euch zeigen möchte, ist die CPX-1200, die auch das SRT-System besitzt. Dies ist eine Deep Body Cutaway Gitarre mit klassischem CPX-Style, mit einem vollen, runden Ton, mit viel Bass und klaren Höhen. Die Decke ist aus massiver Sitka-Fichte, Boden und Zarge aus massiven Palisanderholz, der Hals aus Mahagoni und das Griffbrett aus Ebenholz gemacht. Die CPX-1200 ist eine perfekte All-Around-Akustik-Gitarre, ob für Picking, Strumming oder zum Solieren. Mit der CPX kann man jede Art von Musik spielen. Wegen ihrer Größe klingt die Gitarre rund und voll, akustisch genauso wie mit dem SRT-System direkt von der Output-Buchse. Die letzte Gitarre, die ich euch zeigen möchte, ist die Yamaha APX-1200, ebenfalls mit dem neuen SRT-System. Die Decke ist aus massiver Sitka-Fichte, Boden und Zarge aus massiven Palisander, der Hals aus Mahagoni und das Griffbrett ist aus Ebenholz gemacht. Die APX-Gitarren besitzen einen Cutaway und einen Thin Body. Dadurch ist die Gitarre ideell für Band-Gitaristen, die es gewohnt sind, E-Gitarre zu spielen. Wegen ihrer Größe kann sich die Gitarre gut in jeder Band durchsetzen. Rückkopplungen stellen kein Problem dar und die Gitarre ist einfach zu spielen. Wegen ihrer einzigartigen Form hat die APX eine starke Midrange. Sie eignet sich daher perfekt für Fingerstyle, Roots und Slide-Gitarre. Die Gitarre klingt super unplugged oder mit dem SRT-System direkt von der Output-Buchse. Wenn ihr mehr über das SRT-System und die verschiedenen Gitarren erfahren wollt, besucht unsere Website. Untertitelung des ZDF für funk, 2017